Die Umstellung auf E-Bus ist weit mehr als einfach die Einführung eines neuen Fahrzeugtypes. Damit die Busgarage Rüttihof die E-Bus bedienen kann, braucht es eine neue Travostation. Es braucht eine siebenfache Leistung von der, die heute vorhanden ist, nämlich 3500 kW anstelle von 500 kW. Auf der Niederspannungsseite muss die Energie in die Garage geführt werden. Das passiert über Verteilschränke und Stromschienen. Nachher müssen die Ladestationen eingebaut werden. Alles in allem Investitionen von mehreren Millionen Franken. Da lohnt sich eine genaue Planung und die haben wir jetzt aufgestartet mit einer Machbarkeitsstudie. Die Ladung eines E-Bus dauert mit 4 Stunden deutlich länger als die Bedankung eines Dieselbus. Entsprechend müssen auch die Betriebsabläufe angepasst werden. Das Fahren mit der Sonne ist ein faszinierender Gedanke. Darum sind auch Photovoltaikanlagen geplant inklusive Strom des Nachbarsdachs. Der Zimmerbergbus verfolgt mit Batteriebus die richtige Technologie. Man stellt ein exponentielles Wachstum in diesem Bereich fest und einen starken Trend richtigen Batteriebus. Die Batteriebus sind auch fünfmal effizienter als Dieselbus. Zudem wird auf der Batterietechnologie stark geforscht. Wir rechnen damit, dass in den nächsten 10 Jahren die Batteriekapazität sich verdoppelt und der Preis sich halbiert.